so auf geht's zweite zweiter run schwer im menü kannst du legen aber nicht im spiel bitte so bremsen scheiße jetzt gar nicht kaufen müssen wir sind in deutschland noch mal wir haben 11000 mark in der kasse und jetzt spielen wir auf schwer ne ihr werdet gleich sehen ihr werdet gleich sehen es ist nur ein wieso überholen die mich alle sind die auch noch schneller geworden oder was zeig euch jetzt gleich was was schwer ob gott das auto lenkt sich wie scheiße pass auf die erste kurve das ist schwer mann slidet um die ecke und zwar heißt das spiel jetzt nicht mehr autobahn raser sondern tokyo drift raser alter was ist denn das für eine kacke musste wirklich vor jedem ich spiele spiel so durch ich habe es ja gesagt im zweiten nur schwer wir gar nicht wissen das mit lamborghini dann ist hier alter ich kann es ja gar nicht mehr so geil um die ecken ballern hier jetzt ist das lustig dabei habe ich schon die breit reifen hallo ich habe 100 prozent handling du kannst mir nichts alter scheiße lkw der kaum größer ist als ich ich muss wirklich ich scheiße ich hatte sie jetzt gesagt dass ich es ja durch spielen will mit schwer aber ich halte das glaube ich nicht lange durch hier jetzt wird das spiel ja wirklich schwer damit das begründet der schwierigkeitsgrad okay in der stadt ist scheiß schwer muss ich sagen so jetzt gehen wir tanken erstmal echt krasse bremsen der typ hier das ist ja auch ein rennen eigentlich ist der mercedes benz clk gtr ja ein rennwagen für die 4 gt gedacht ne für die gt1 wer mein sport gt geguckt hat da wüsste bescheid und aber die 4 gt schreibt vor dass man nur wagen einsetzen darf also keine prototypen oder keine speziell konstruierten autos sondern autos die es halt auch auf straße auch gibt deswegen aber bei marcelis haben sie eine ausnahme gemacht die haben gesagt okay ihr könnt zuerst im wagen für das dinge machen also für die 4 gt aber aber ihr müsst es müssen 1000 straßen version davon verfügbar sein und das normalerweise bei der 4 gt muss es ja andersrum sein müssen zuerst 1000 autos davon auf der straße fahren du kriegst schaden wenn du die dinger weg ballast was ist denn das das wusste ich gar nicht alter das ist ja eine ganz normale neue spieltechnik hier na gut danke dass du für mich den schaden repariert hast krasser scheiß wenn man hier die dinger weg ballert auch schwer macht das schaden also ich lerne hier also hier ich lerne immer wieder neue sachen dazu autobahn raser du verblüffst mich das ist in der lambo der dumme sack dort du musst doch auch mal tanken ey du müsste schon lange leer sein kein blitzer wo krieg ich jetzt auch noch schaden weil ich drifte hier die ganze zeit hier weil das geht ja gar nicht hier auf schwer aber egal ich bin noch erster das heißt noch geht's jeder scheiß mast macht mir übelsten damage hier ey guck mal meine lampe ging noch gar nicht an ach der hat noch getankt der hat mich noch ein bisschen aufgetankt das aber nicht von einem adhc da lohnt sich doch meine adhc club karte nein bleib stehen übrigens habe ich keine adhc club karte ich habe es nur aus joke gesagt fucking bullshit in und zweiter 205.000 mark ist ja oder 206 sagen das muss man so weiter mein auto ist echt deboniert jetzt sind wir bereit für die autobahn berliner hamburg ich könnte theoretisch dass das mache ich auch ich tue einmal das spiel auf schwierig und einmal das spiel auf auf leicht quasi durchspielen und das so auch aufsplitten nicht geile idee okay jetzt wieder sehr ein sehr hohes verkehrsaufkommen deutschland typisch so wie war das hier noch mal am anfang tanken oder in der mitte oh gott in der mitte tanken schweri 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 wir fahren nach schweri das ist ganz schön schwer hier mit 300 auf einmal es ist nicht autobahnraser style eigentlich aber zum lück ist der schwierigkeitsgrad auch einfach standardmäßig kriege ich jetzt auch schaden weil ich im höchsten geschwindigkeit fahre jetzt wäre mal interessant zu wissen 320 mehr schafft das dinge das haben wir hier noch lübeck haben wir hier eine tankstelle mit danke danke doch nicht scheiße ich dachte das tankstelle symbol tank ja tankstellen symbol direkt ausgesagt hier ist eine tanke ja danke dass du mich vor der tankstelle anhältst jetzt brauche ich ja wahrscheinlich auch nicht mehr tanken oder wir fahren durch ich war durch war nur aber die cpu ist warten auf mich wieso wie es unten links ausschaut hier ist nur 120 nein wir sind schon auf 160 ist nicht so schlimm turbo fuck das hätte das kostet das kostet mir jetzt einen sieg das hättest du geholt die kleinen schlawiner da vorne ja ein kann schon holen eine polonese machen wir da 20.000 hops gekriegt wir müssen wirklich nach jedem rennen reparieren das gibt es ja gar nicht oh gott hamburg hamburg die geräusche alter hier zu schnell kannst du gar nicht fahren bmw alter bbm sorry als ich dich hatte und ein bisserl bremsen und lenken und gegen den mercedes benz sprinter fahren wir blockieren die ideal spur so holladival fähig schwer ist wirklich mal wieder eine andere liga hier und da kommt der lambda genie und knallt dort gegen das auto kann man gerade sagen Ich fahr mal in die Tankstelle hinein. Schau, dass du das Auto nicht gleichzeitig repariert hast. Da gefällt mir der Quick Service in Autobahn Raser 2 besser. So, hallo Lambo. Und tschüss Lambo. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel macht mehr Spaß, wenn es auf einfach steht. Weil dann knallst du einfach um jede Ecke, das ist einfach viel lustiger. Ey. Ich wollte euch einfach auch nochmal zeigen, dass man das Spiel auch auf schwer spielen kann. Dass es diesen Grad überhaupt, diesen Schwierigkeitsgrad überhaupt gibt hier. So. Geradeaus kann man aber ganz gut fahren. Ach, jetzt ich hab die Kack Ampeln ey. Also lustigerweise kommt beim Totalschaden hier die Straßenwacht und in Autobahn Raser 2 bist du Game Over dann. Oder nicht Game Over, das ist das Rennen vorbei. Mann. Oh Gott. Mein Schaden ist fast voll. Das Auto, das kann bald nicht mehr. Mann. Lenk doch. Oh Gott. Hoffentlich kommt bald das Ziel. Nein. Keine Straßenschilder. Nein. Da ist das Ziel. Danke. Bäm. Habe ich jetzt Totalschaden? Haben die Straßenwacht und holt mich hier, repariert mich jetzt. Ja danke für die lauten Sounds. Das Auto brennt. Aber für 6.500 repariere ich dir alles. Danke dir. Es reicht immer noch nicht für diesen dämlichen Lampdar Genie. Ich will das aber nicht nochmal ein drittes Mal durchspielen. Einmal reicht. Zweimal reicht, meine ich sorry. Bäm bäm bädä bäm. Start. Groß. Das Spiel hat auch immer schlechte Kritik gekriegt hier. Weil es ja zu wenig ist, Spiel und zu scheiße aussieht. Bis dann Davilex den... Alter... Bis dann Davilex den... Spielemagazin dann überhaupt kein Spiel mehr zugeschickt war. Dann waren sie auch sauer auf Davilex und sagen, ja wieso schicken sie uns kein Spiel zu? Na weil sie es ja eh schlecht bewerten wollen. Weil sie nicht verstehen. Früher gab es keine Gelegenheitsraserspiele. Und dann kam Autobahnraser und hat es einfach nur... ...besser gemacht. Okay. Wir stoppen dort nicht. Oh Mann, Alter. Es ist interessant übrigens auch, dass es hier nicht nach Punktzahl geht hier ne. Erster, zweiter, dritter und so weiter und so fort. Sondern nach äh... Sondern nach ähm... Zeit. Wie viel Zeit man gebraucht hat. Jaaa... Gib mir jetzt sofort den Totalschaden. Schnell, gib mir jetzt. Komm. So Police. Ich fahre jetzt hier ganz ordentlich nur entlang. Okay, da fahre ich halt an mir vorbei. Okay, geht auch. Nein! Du kannst dich auf den Seitenstreifen fahren, ne? Ist dir nicht erlaubt. Alter, diese dämlichen Blitzer. Münster. Als Autobahnraser, ne? Lohnt sich das anscheinend in der ADAC Clubkarte. Wo ist denn der Lambo hin? Hallo? Du bist doch jetzt hier. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass du hier ohne Schaden durchgekommen bist hier. Oh Gott! Ja, dann schubse ich dich halt an. Ich müsste mal wieder tanken. Ja, die Bremse sind schon krass hier bei dem Ding. Getankt für 80 Mark. So hoch waren die Preise damals nicht. Früher hat 1 Liter Sprit eine D-Marke gekostet. Danke für den Boost. Und jetzt holen wir uns den ersten Platz. Wo ist der Porsche? Sorte. Nein! Scheiß Bus! Nein! Das kannst du mir nicht erzählen, dass du durchgekommen bist. Na gut, es geht ja hier um die Zeit. Wir haben ja nicht so viel Zeit gebraucht. Jetzt hätte ich schon fast den Lambo, ne? Oder? Reicht das? Bäm, 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 bäm. Fünfhundertfünfzig Mark. Yeah! Vor allem, wie viel Wert wir verloren haben. Nur weil wir das Ding gekauft haben, ne? Wir haben uns noch nicht mal reingesetzt. Oder vielleicht haben wir uns schon reingesetzt. Deswegen ist es so. Den Girl, der fahren wir mit dem Lambo-Room. Lack dir. Zwei. Eins. Go! So, hier, Lambo-Style, vorbeiziehen. Oh Gott, das Ding liegt ja noch behinderter als das Auto vorher. Nein! Ich knall auch direkt rein, ich Idiot, ey. Na egal, wir haben eine übermäßig geile Beschleunigung. Bäm, 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 bäm. Ich wollte den scheiß Blitzer treffen, ey. Habe aber das Gegenteil erreicht, dass es mich vom Blitzer wegschleudert. Oh Gott, das war viel zu knapp. Ich habe alle da hinten. Ich habe alle da hinten. Die haben alle in den Rückwärtsgang reingelegt. Und ich krieg schon bald einen Totalschaden, ey. Dabei habe ich schon immer die Hälfte der Strecke hinter mir, ne. Bäm, 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 mittendurch. Ja, war ja knapp, ne. Totalschaden. Macht das schnell jetzt nicht hier, ich habe ein Geräuschen zu fahren. Na also. Muss nur ein bisschen lauter werden. Hau ab! Ey, ich bin Lambo, ich bin schneller als du. Oh! Was ist denn das für eine fiese Scheiße? Bäm, 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 dün, 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 dün. Die Wände sehen hier cool aus. Hier, Autobahnraser mit Tanken. Yeah! Danke für den Schubser. Okay. Jetzt muss ich irgendwie die anderen zwei auch fallen hier. Hier gibt es überall Kollisionen. Hier. Unbegrenztes schnelles Fahren jetzt hier. Oh Gott, nein! Die Pullen können nur 200 fahren. Der ist ja schwach mit eurem Fort Mondeo da. Oh Gott! Das ist der erste. Da vorne ist der zweite. Der Knallrote da. Bremsen! Ich habe mit dem Vordermann abgebremst. Das ist eine geplante Taktik. Oh Gott! Wenn jetzt die Tunnel kommen. Hold up! Nee, das war nicht diese Tunnel, die ich meinte. Egal. Oh nein! Nein! Scheiß LKW! Musst du denn links fahren, du dummes Arschloch, ey! Nein! Ich will nicht kurz fahren. Das ist die Stelle, die ich meine. Okay, wir fahren ganz ordentlich durch, weil wir hier die Monster Beschleunigung haben. Hallo, hallo, hallo! Warum ist denn hier so viel los? Haut mal ab! Fahrt mal rechts rüber! Ja, fahr links rüber, du scheiß LKW! So! Ist nicht bald mal der Finish hier? Komm jetzt! Ich habe hier... Hier, der kann durchs Schild fahren und ich nicht! Alter, so konzentriert war ich lange nicht mehr hier in Autobahn! Rasa! Komm, 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 komm! Mach Eier, du scheiß Mechaniker! Danke! Na, wenigstens hat es das hingekriegt hier. Ja, der macht eine Straßensperre dort! Bitte, 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 bam!